Ja, mal gucken. Merkwürdig. Äh, wir gehen noch mal runter. Irgendwie muss das ja klappen. Ja, wir haben es richtig gemacht. Ja, mal gucken. Tja, aber wir haben ja noch die andere Sache. Oh shit. Gut so, gut so, gut so. Was ist das Ding? Und jetzt? Jetzt haben wir halt noch das da. Ob gibt's hier mit Kugelkönnen am Ort an der gleichen Stelle gehalten werden? Das weiß ich gar nicht. Okay, der schaut jetzt da nach. Oder wir müssen erst mal gucken. Erst mal ausprobieren. So, vielleicht? So, vielleicht? So. So geht das ja auch nicht. Hey. Aber das ist doch Licht. Ah, warte mal. Kann ich das ja jetzt loslassen? Das ist jetzt ganz unten, ne? Ey. Auch Treffen hier. Komm schon. Das muss da hoch. Oh Mann ey, das ist so... Das kann so einfach sein. Das kann so einfach sein. Muss da noch ein Licht sein, oder wie? Das kann doch nicht sein, ey. Das ist ein bisschen zu hoch. Ja. Endlich. Mein Gott. Mein Gott. Aua. Alter. Wir nehmen uns ja richtig auseinander hier. Was ist das? Ja, geh mal. Was ist denn das? Ich kann das nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Keine Ahnung. Oh, was ist denn das denn jetzt? Ich kann das nicht nehmen. Ach, Leute. Oder ist noch jemand? Das ist doch scheiße hier. Ja, warum kann ich das nicht nehmen? Ja, duper. Ja, duper. Ja, ist halt ein Bug. Ich komme da nicht rein. Ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht nehmen. Ich kann das nicht nehmen. Ja. würde ich mal sagen, das wird jetzt wohl eine kurze Folge sein, weil, ja, wie gesagt, ich komme da nicht durch, ich kann da nicht, das ist ein alten Bug, so ein Mist aber auch, warum hat er denn Angst? So, ich möchte kurz mal gucken, dann mache ich nochmal laden, mal hier mal speichern, das ist ja manuelles Speichern, wird gelaufen halt, ich muss mal gucken, ob das geht. Auf ein neues. Oh, hier sind die Dinger da wieder. Ja, komm. Über dir, pass auf! Die sind ja auch eklig, die Dinger. So, hoffe ich mal, dass es geht. Mehr inspirierende Lyrik aus der Feder Quasirs. Das geht doch. Das überlasse ich dann wohl euch. Das geht doch. Hey, die nehmen uns auseinander hier jetzt. Wer ist noch mal beledigt hier? Was ist das für eine Hilfe hier? Was ist das für eine Hilfe hier? Was ist das für eine Hilfe hier? Hier kommen wir weiter hoch. Vater, hier drüben. Savierend ohne Ende hier. Und los geht's. Puh, was nötig ist. Lichtkugel, Achtung! Hier ist nicht klar, wie sie Lichtbrücken machen. Sieh dir diese Statue an, diese Kristalle. Die Alben besitzen sie ebenfalls. Die müssen wir auf jeden Fall dahin lotsen, wa? Ich frage mich, falls diese Statue in die Luft fallen sollte. Achso, da. Müssen wir ausprobieren. Das nächste Rätsel. Mal ein bisschen aufsammeln hier. Ja, da. Das Fundament ist brüchig. Vater kann das leicht umstoßen. Oh! Die Kristalle sorgen für die Lichtbrücken. Und die Lichtalben tragen sie. Schlau! Fast geschafft. Darf ich? Okay, dann müssen wir noch welche. So. Bereitet ihm die Zerstörung jetzt etwa Vergnügen? Dann fängt er an Vasen zu zerschlagen. Gehen wir weiter? Wo sind denn noch mehr Raben? Naja, wenigstens nähern wir uns. Schau nach oben. Siehst du? Von innen wirkt es noch größer, dass all das hier unten war. Was? Ja, gut. Was war dein Neues. Lass die Lichtbundel! Aufloh! Keine idea! Keine idea! Farze! Na gut so! Oh, ich stirbe gleich! Ich brauch Licht! Ah, da ist ein Rabe! Den hol ich mir gleich! Oh, hol ich mir jetzt mal! Nummer 2! 48! Alter! Nein! Leben! Oh ne, nicht diese Mistviecher! Mein Gott, ich kette diese Dinger! Die kann ich überhaupt nicht! Na, stirbt doch endlich! Spiel erledigt! Endlich leben! Endlich! Er ist heller als damals! Ja, er hat ja sowieso immer schlechte Laune! Noch ein Lichtohr! Am Schild der Statue befindet sich Dämmerstein! Aber aus diesem Winkel geht es nicht! Glaubst du, wir können die Alben vom Kämpfen abhalten? Werte Freya, diese Welt nicht aufgegeben! Ist das wirklich alles nur Freyas Schuld? Dieser Krieg begann lange vor seiner Ankunft! Doch er hätte dieses Land heilen und den Krieg beenden können, oder nicht? Er traf eine Wahl! Die Falsche! Für Alphane! Mag sein! Doch nicht unbedingt für ihn! Tja, es steht uns allen zu, unseren eigenen Weg zu beschreiten! Egal wo, wo, wo... Nein, wollte ich gar nicht! Doch, wir müssen die Dinger einfach da hin... Noten... Noten... Mal gucken... Mal gucken... Das hat er nicht... Ähm... Das sind jetzt verschiedene... Äh... Äh, diese Rätsel jetzt momentan... Äh, das ist ja... Geht das nicht... Was ist das denn hier? Wird doch mal andersrum... Der Statue hängt wieder fest... Welche Flügel... Hm... Und von der anderen Seite... Ach so, warte mal noch mal gucken... Da war das nicht... So... 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 Hm... Von unten... Wollen wir mal von unten gucken... Geht das ja auch nicht... Oh man... Wo ist denn noch... Irgendwas besonderes hier? Da nicht... Was für ein Flügel... Wo ist denn... Oh nehm... Der ist jetzt ganz klein nicht nah, aber dann wollen wir mal gucken. Jetzt vielleicht? Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Darunter muss das... Aber wie kann... Würde ich ja sagen, aber... Dann muss das hier auch leuchten, oder nicht? Ich hab noch mal eine Idee... Ich guck noch mal... So... Das geht nicht... Nicht komisch, weil ich glaub, das muss da leuchten, oder nicht? Oder ist das denn kein Leuchter? Oder? 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 Oder?